Die letzte Generation scheint wirklich am Ende zu sein. Nachdem sie letzte Woche ja einen verzweifelten Hilferuf für Spenden gemacht haben, wird jetzt eine bundesweite Razzia gegen die letzte Generation durchgeführt. Gegen die Klimaaktivisten von der letzten Generation läuft eine bundesweite Razzia. Auf Veranlassung der Generalstaatsanwaltschaft München durchsuchen Beamte 15 Objekte im gesamten Bundesgebiet, teils das Landeskriminalamt Bayern mit. Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen seit dem frühen Morgen Objekte der Klimaschutzgruppe letzter Generation. Insgesamt wurden ab etwa 7.15 Uhr Objekte durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und der Bayerische Landeskriminalamt mitteilen. Es bestehe der Verdacht, dass die Aktivisten Straftaten begehen würden, hieß es in der Mitteilung. Gegen sieben Beschuldigten im Alter zwischen 22 bis 38 Jahre Werder mittelt. Ihnen wird die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten organisiert haben und über ihre Homepage beworben haben. So hätten sie mindestens 1,4 Millionen Euro eingenommen. Also meine lieben Zuschauer, da muss ich wirklich ehrlich mal sagen, Hut ab vor den bayerischen Beamten, die jetzt endlich mal durchgreifen. Ich meine, in Italien passiert das Ganze ja schon seit einem ganzen Monat, wo die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft und von der Polizei eingesperrt wurde. Und witzig finde ich hier diesen einen Satz. Es bestehe der Verdacht, dass die Aktivitisten Straftaten begehen würden. Der Verdacht? Bitte was? Also das ist nicht nur ein Verdacht, sondern das ist die Realität. Seit vielen Monaten sehen wir täglich Nachrichten, wo die letzte Generation Straftaten begeht, indem sie sich auf den Straßen festkleben, indem sie Kunstwerke schennen oder Gebäude und andere Sachen mit Farben besprühen. Und es werden sogar Tote dabei in Kauf genommen, weil durch die Straßenblockierungen Krankenwagen blockiert werden und deswegen bereits zwei Menschen gestorben sind. Also wenn das keine Straftaten sind, die schon reell existieren, dann weiß ich auch nicht. Und dabei sind das nicht nur ein paar einzelne Spinner, sondern eine ganze radikale Gruppe. Weil diese letzte Generation, die rekrutiert ja ihre Mitglieder sogar an Schulen, die führen Seminare zum Festkleben durch und planen gezielt Straftaten. Und vor kurzem wurde sogar der Finanzplan der letzten Generation bekannt. Die Ausgaben 22 waren unter anderem Mietkosten 254.000, Materialkosten 98.000, Werbungsmaterial 58.000, Rechtskosten 17.000 und so weiter. Also bereits 2022 hatte man Rechtskosten in Höhe von 17.000 Euro, aber erst jetzt in 2023 fanden ja die ersten Strafprozesse und auch die ersten Verurteilungen statt. Und dadurch schießen natürlich die Gerichtskosten und die Strafzahlungen so dermaßen in die Höhe, sodass der letzten Generation wirklich das Geld ausgeht und sie öffentlich um Bänden bettelt. Tja, und außerdem hagelt es jetzt auch saftige Gefängnisstrafen eine nach den anderen. Leider sind die aber immer noch zur Bewährung ausgesetzt, was ich absolut nicht verstehen kann. Weil diese Typen setzen sich ja mit Ansage direkt am nächsten Tag wieder auf die Straße. Sogar wenn die im Gerichtsraum sitzen, ja, dort sagen sie sogar der Richterin, dass die sich morgen wieder festkleben. Und eigentlich ist es ja so, wenn es keine Einsicht bei den Straftätern gibt, ja, und neue Straftaten sofort absehbar sind, dann dürften die eigentlich gar nicht auf Bewährung wieder auf freien Fuß gesetzt werden, sondern sie müssten direkt in den Bau wandern ohne Bewährung. Und deswegen hoffe ich inständig, dass die zukünftigen Gefängnisstrafen, und davon wird es noch eine ganze Menge geben, in Zukunft dann ohne Bewährung ausgesetzt werden. Weil sollen diese verwahrlosten Kriminellen direkt in den Knast gehen und endlich mal begreifen, dass Deutschland eben kein rechtsfreier Raum ist.